Dann erzählt mir doch mal von Tevinter. Erzählt mir etwas über die Tevinteraner, gegen die ihr gekämpft habt. Die Winds haben jeden Herbst Truppen nach Saharan entsandt. Ich schätze, sie mochten wohl die Sommerhitze nicht. Wir hatten einige gute Kämpfe an den Stränden. Wir standen im knietiefen Wasser mit blutroten Schaumkronen und brennenden Schiffen um uns herum. In den Städten war es schlimmer. Wollt ihr einen kostenlosen Rat? Lasst nicht zu, dass die Inquisitionstruppen in Stadtkämpfe verwickelt werden. Okay. Was ist so schlimm an Tevinter? Warum hasst du die Truppen Tevinters so sehr? Was macht sie so schlimm? Es sind nicht ihre Armeen, sondern ihre Spione. Sie haben Saharan ständig im Blut getaucht, indem sie Loyalisten ermordeten und Rebellen unterstützten. Alarm zum Beispiel hatte keinen Stadtverwalter. Niemand wollte diesen Posten, nachdem die letzten vier Verwalter innerhalb eines Jahres gestorben waren. Dass man versucht, ein Land zu erobern, ist eine Sache. Aber dafür zu sorgen, dass niemand dort leben kann, das ist einfach nur beschissen. So wie verbrannte Erde. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Er ist auch sehr interessant. Und er steht immer auf dem Stuhl. Kommandant Cullen hat in Adamant gute Arbeit geleistet. Hat diese Mauern eingerissen, als würde er das jeden Tag machen. Gute Arbeit mit den Dämonen übrigens. Okay, mehr ist hier nicht. Wiedersehen. Wir unterhalten uns später. Aber er hatte zumindest einen Kommentar. Hat Sutherland einen Kommentar? Immer noch nicht. Ach naja, zu Sarah können wir nebenbei auch mal gehen. Irg. Stecke ich mal wieder neben einem Balken fest. Ja, genau. Wem hat das wohl gehört? Noch mehr? Noch mehr? Ohohoho. Es wird immer mehr. Hey, Sarah. Ich kann immer noch sagen, ihr passt nicht zur Inquisition. Zufrieden mit der Entwicklung? Entwickelt sich alles, wie erwartet. Cassandra hat ganze Arbeit geleistet, was? Jetzt habt ihr das Sagen und könnt dafür sorgen, dass alles so wird, wie es sein sollte. Die Beterei ist ja ganz nett, denke ich. Aber Coryfecalus? Der ist scheiße. Coryfeus. Corypenes. Coryfeus. Meine Güte, ich weiß, wie der Sack heißt. Aber er verdient es nicht, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Verdammt. Sehr gut. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich vergessen habe, den Drachen aufzusuchen. Ist eure Gruppe noch aktiv? Ist euer Netzwerk von Kontakten nach allem, was passiert, ist noch aktiv? Wegen Lord Arschloch in Verschiel? Natürlich. Er hat zwar viele Leute getötet, aber das heißt nur, dass ihn jetzt noch mehr Leute hassen. Das solltet ihr eigentlich auch tun. Aber dem ist wohl nicht so. Also nehmt euch in Acht. Bewirken eure Streiche irgendwas? Wir haben einige Adlige geärgert. Bewirkt das wirklich irgendetwas? Es hat geholfen, einen Dummkopf zu töten. Das ist doch was. Das stimmt. Wieso will das nicht in euren Schädel? Ihr macht es doch genauso. Eure Inquisition, meine ich. Ihr prügelt euch doch auch nur, wenn euch die Leute darum bitten. Oder ihr lasst sie glauben, sie hätten euch darum gebeten. Das ist noch besser. Das macht Spaß, auch wenn man hin und wieder selbst den Arsch versohlt kriegt. Wie in Haven, versteht ihr? Kein schlechter Punkt. Ich verstehe, mehr oder weniger. Wir sollten nur nicht darüber nachdenken, was ihr tut, um euren Spaß zu haben. Tja, wir sollten uns sehr genau ansehen, woher unsere Leute kommen. Weil es nämlich dieselben sind. Meine Verbrechen sind wenigstens nachvollziehbar. Ich hab mich noch nicht mit dem Himmel angelegt. Wir unterhalten uns ein andermal. Soll mir recht sein. Anfangs half er ihnen, indem er ihnen die Angst nahm. Ich werde nicht zu viel nehmen. Ich bin nicht wie er. Ihr habt ein paar seltsame Dinge getan, ja? Wie man hört, wart ihr ziemlich fleißig. Ihr hattet Deutsche, ihr stellt Käse und Minze. Ich glaube, da können wir noch nichts Neues machen, ne? Jemand hat ein Fass voller verlegter Dolche gefunden. Seid ihr dafür verantwortlich? Sie waren dort sicherer. Lasst uns über etwas anderes sprechen. Einverstanden. Hier. Da hat er ein kleines Amulett, dann fühlt er sich gleich sicherer. Ich habe das Amulett gefunden, von dem uns Solis erzählt hat. Möchtet ihr es anlegen? Ja, aber nicht hier. Mir gefällt es hier. Wir brauchen einen Ort, auf den wir verzichten können, falls etwas schief geht. Hm. Okay. Was mache ich damit? Ihr habt eines der Amulette gefunden. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Darf ich? Es ist ganz einfach. Ihr legt es an, ich lade es mit Magie auf und schon solltet ihr geschützt sein. Gut, wenn sich Cole sicher ist. Seid ihr bereit, Cole? Sie können mich nicht zu einem Monster machen. Aha. Na dann. Und, klappt das? Oh oh. War ich auch ganz random reingeguckt. Er verhindert, dass mich Blutmagier so binden können, wie die Dämonen in Adamant. Aber es funktioniert nicht. Irgendetwas blockiert die Verzauberung. Irgendetwas? Nicht vielleicht die Tatsache, dass Cole kein Dämon ist? War ich könnte recht haben. Solis. Ist es möglich, dass das Amulett bei Cole nicht funktioniert, weil er zu menschlich ist? Für Cole mögen besondere Umstände gelten, aber er bleibt dennoch ein Geist. Ja, ein Geist, der seltsamerweise äußerst menschlich ist. Merkwürdig, merkwürdig. Ich bin unwichtig. Sperrt einfach die Teile von mir weg, die irgendjemand verknoten könnte, um mich zum Gehorsam zu zwingen. Konzentriert euch auf das Amulett. Erzählt mir, was ihr fühlt. Eine warme, weiche Decke, die mich umhüllt. Aber sie bleibt hängen, zerreißt. Ich bin nicht die richtige Form. Da ist etwas. Hm? Dort. In dieser Richtung. Okay, dem gehen wir auf jeden Fall auf den Grund. Wir werden herausfinden, was das Amulett wirkungslos macht und das Problem lösen. Was auch immer es ist. Na los, Kleiner. Holt Kallen und seht euch gemeinsam die Karte an, um herauszufinden, wo ihr etwas Ungewöhnliches spürt. Werdet ihr mich begleiten? Ihr alle? Natürlich. Klar, wir lassen ihn doch jetzt nicht allein. Na schön, ich hab's verstanden. Ihr mögt Geister. Aber er kam in diese Welt, weil er ein Mensch sein wollte. Also lasst ihn das gefälligst auch sein. Eigentlich, ja. Da muss ich Solus leider widersprechen. Varric recht geben. Ich würde Kohl auch gerne schützen, ohne ihm das zu nehmen. Was auch immer er ist. Aber er braucht eindeutig unsere Hilfe. Ich sag ja nicht, dass wir nichts tun sollen. Aber dieses Ritual, das Sie durchführen, funktioniert auch nur bei Dämonen, richtig? Das hier ist nicht irgendeine eurer Fantasiegeschichten, Kind des Steins. Wir können nicht ändern, wer wir sind, nur weil wir es uns wünschen. Ach, nein? Wie auch immer wir dieses Problem lösen. Unser nächster Schritt ist es, das aufzuspüren, was auch immer die Verzauberung blockiert. Ja, das sollte für diesen Monat reichen. Gebt mir einen Moment. Das ist doch Redcliffe. Ja. Seid gegrüßt. Kann ich euch vielleicht helfen? Das ist viel leerer. Ihr. Ja, ist das. Wow. Ihr habt mich getötet. Was? Ich weiß, ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Ihr habt vergessen. Ihr habt mich in den Kerker des Weißen Turms gesperrt und vergessen. Und ich bin in der Dunkelheit gestorben. Der Weiße Turm. Wow. Hört auf, Cole. Ganz ruhig, Kleiner. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Deshalb funktioniert es nicht. Er hat mich getötet und ich muss ihn auch töten. Ist er sich da sicher? Cole, wartet erst mal. Bevor irgendjemand getötet wird, muss ich wissen, was hier vorgeht. Dieser Mann kann euch nicht getötet haben, Cole. Ihr seid ein Geist. Und ihr habt noch nicht einmal von einem Körperbesitz ergriffen. Ein blutiger, kauernder Körper, keuchend, kalt, in der steinernen Zelle. Eisiger Eingeweide in der feuchten Finsternis. Ein gefangener Abtrünniger. Sie steckten ihn in den Kerker des Weißen Turms in Val Royo. Sie vergaßen ihn. Er verhungerte. Das klingt aber nur allzu real. Ich kam hindurch, um ihm zu helfen. Und konnte es nicht. So wurde ich eher, Cole. Wenn Cole ein Abtrünniger war, muss der Kerl, den wir gerade getroffen haben, ein Templer sein. Er hat vermutlich Lyrium gekauft. Lasst mich ihn töten. Ich muss... Ich muss... Es muss einen besseren Weg geben. Nur welchen? Wir forschen erst mal nach. Was denkt ihr, Solus? Ich begreife es noch nicht ganz. Ja. Bevor ich irgendetwas entscheide, muss ich erst genauer wissen, was geschehen ist. Der echte Cole war anscheinend ein Abtrünniger, der von Templern gefangen genommen und in den Zirkel gebracht wurde. Und Templer sind nicht unbedingt für ihr sanftmütiges Wesen bekannt. Als der junge Mann in einem Kerker verhungerte, erregte sein Leid die Aufmerksamkeit eines Geistes. Vermutlich eines Geistes des Mitgefühls. Des Mitgefühls? Ein seltener Geist, gewiss. Und allzu zerbrechlich, wenn sich seine Bemühungen, anderen zu helfen, als fruchtlos erweisen. Aha. Okay. Was denkt ihr Varric erst mal? Varric? Der Kleine ist wütend. Er muss es verarbeiten. Ein Geist verarbeitet keine Gefühle. Er verkörpert sie. Aber er ist kein Geist, richtig? Er hat sich selbst menschlich gemacht und Menschen verändern sich. Sie werden verletzt und sie heilen wieder. Er muss es wie ein Mensch überwinden. Ihr würdet das Wesen dessen verändern, was er ist. Das hat er schon selbst gemacht, als er das Nichts verlassen hat. Ich helfe ihm nur, es zu überleben. Und was denkt ihr, Solus? Solus? Wir dürfen nicht zulassen, dass Cole diesen Mann tötet. Ich bezweifle, dass irgendjemand das vorschlagen wollte im Moorkopf. Cole ist ein Geist. Der Tod des echten Cole hat ihn krank gemacht und gegen seine Bestimmung verkehrt. Um diesen Teil seiner selbst zurückzuerhalten, muss er ihm verzeihen. Ach, kommt schon. Man verzeiht doch nicht einfach jemandem, der einen getötet hat. Ihr vielleicht nicht. Ein Geist schon. Hmm. Cole muss ihm verzeihen. Oder er wird menschlicher. Das Amulett könnte nicht mehr notwendig sein. Ja, aber jemanden zu töten, das ist ja jetzt nicht wirklich gut. Also muss er ihm verzeihen. Cole muss das alles hinter sich lassen. Ich denke, dabei kann ich ihm helfen. Begleitet mich Cole. Oder ist es das doch? Was ist jetzt los? Fühlt ihr den Schmerz dieses Mannes, Cole? Er erinnert sich wieder. Er weiß, dass er mich getötet hat. Nein. Fühlt seinen Schmerz. Seine Schuld. Die Scham, die ihn von den Templern fortgetrieben hat. Ist da einer? Ist da einer? Vielen Dank.